So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday. Ich möchte wieder 6 Pokémon maxen auf Level 50. Ein Titel-Pokémon, was ich bestimme. 5 Pokémon von euren Vorschlägen, die ihr immer unter die Videos schreibt bei den Max Out Monday Folgen. Voraussetzungen wie immer. Ich muss ein 100%iges Pokémon davon haben und genügend XL, um es auch auf 50 zu pushen. Momentan ist noch Regis Deal in den Raids. Da habe ich mich besonders drauf gefreut. Kaum jemand hat sich auf Regis Deal gefreut. Ich habe mich gefreut, denn ich habe einen 100er schon gehabt und wollte das natürlich pushen. Eine Raid Mania, also eine Raid Stunde, hat auch ausgereicht, um die nötigen XL Bonbons zu bekommen. Wenn ich jetzt hier mal eingebe, 4 Sterne und Regi. Seht ihr, dass ich auch schon ein Regi Gigas gemaxed habe auf 4.913. Ein Regiroc gemaxed habe auf 3.530. Ein Regi Ice fehlt. Das ist das, was ich momentan bei jedem Glückstausch probiere, bis es auch irgendwann als 100er da ist. Und hier haben wir das Regi Soft, was durch einen Tausch mit Iver Soft einfach 100% wurde. Können wir auch nochmal bewerten hier, dass man das sieht. Römhild, Thüringen, 324 XL. Wir pushen das jetzt einfach hoch. Das ist mein Titel-Pokémon. 100% Regis Deal auf Level 50. Fehlt wie gesagt nur noch Regi Ice, aber da denke ich, dass der bestimmt irgendwann aus einem Lucky Trade rauskommt. Mittwoch ist wieder Raid-Boss-Wechsel. Dann kommt Kabufala in die Raids. Kann man auch schon mal gleich ankündigen. Es wird am Sonntag wieder Raids für Zuschauer mit Kabufala geben. Am Donnerstag wird es Mega-Raids mit Mega-Gardevoir geben. Wer da Interesse hat, macht mit. Level 50, genau. Ich muss Level 50 überhaupt in Tag, muss ich noch dran machen. Denn nicht mega. 50, so. Level 50, 100%. Perfekt. Und jetzt möchten wir natürlich auch wieder in die Kommentare schauen unter dem letzten Max Out Money Video. Was habt ihr vorgeschlagen? Janis sagt, hi, cooles Video. Ich sage, hi Janis, cooler Kommentar. Pokémon sucht die. Dann kommt der SMG2 Raid Goat. Gott. Kannst du ein Rabigador Maxen? Rabigador habe ich leider kein 100%iges, kann ich jetzt schon sagen. Und Siberio und Plowdergei. Maracamba, also der Kaktus. Plowdergei, Maracamba. Habe ich bestimmt keine XL. Blau. Hier, Plowdergei, 48XL. Wo sollen sie denn auch herkommen? Maracamba. So, 3XL. Wo sollen sie denn auch herkommen? Siberio. Siberio ist, glaube ich, gemaxed. Siberio ist gemaxed auf 3439. Also, das kann natürlich vorkommen, dass man entweder keinen 100er hat, wie bei Rabigador, deswegen nicht maxen kann. Oder, dass man einen 100er hat, aber nicht genügend XL. Oder, dass man einen 100er hat, aber es schon gemaxed hat. Jetzt könnte ich natürlich, wenn ich Siberio gemaxed habe, trotzdem sagen, wir drücken auf Familie und maxen einfach noch einen Petsneve. Dann ist diese Familie auch komplett. Machen wir jetzt, haben wir ja die letzten Male auch gemacht. Also, Siberio ist schon, wir haben ja Petsneve einmal ohne Schleife, einmal mit Schleife. Ich weiß nicht, welches jetzt sinnvoller ist, aber komm, wollen wir nicht so sein. Wir maxen einfach dieses Petsneve mit Schleife. Was ein, ja, sind beides Männchen, egal. Also, ein Petsneve gemaxed. 1208 WP mit Schleife und Rotzglocke. Level 50, erster Punkt, also an den SMG Raid Gott, Dings, irgendwas. SMG2 Raid Gott, meine ich. Vier Vorschläge aus der Community stehen noch aus. Dann kommt der Jochen. Jochen sagt, Glumanda, Turtog, Hondio. Hm, der hat ja im letzten Stream ganz schön genervt, dass er jedes einzelne Pokémon gefragt hat, das ich mal zeigen soll. Glumanda, Turtog, Hondio. Gehen wir mal hier rein. Geben mal Glurak ein und dann schauen wir mal. Glurak ist auf 50, Glutexo ist auf 50, Glumanda ist auf 50. Die Familie ist also komplett. Dann hat er Turtog ja, glaube ich, noch drin stehen. Turtog ist auf 50, Shilok ist auf 50 und Shiggy ist auf 50. Sogar mit Sonnenbrille. Und Hondio. Geben wir mal Bibor ein. Bibor auf 50, Hondio nicht. Kokuna nicht. Maxen wir einfach ein Kokuna, weil das halt höher kommt als das Hondio auf 488. Dann haben wir ein weiteres Pokémon auf 50. Und dann weiß ich jetzt schon, dass Jochen einfach wieder Hondio vorschlägt. Also ja, so kann man es natürlich auch machen. Ich hätte mich halt immer gefreut, wenn die Endstufen gemaxed werden und man sich auf die konzentriert. Aber die Leute schmuggeln sich jetzt einfach durch mit den Vorstufen. Ist aber sein gutes Recht. Darf man leider machen. Drei stehen noch aus. Eins, zwei, drei, die Qualität ist ja Müll. Du hattest bisher nie 360 Pixel. Kam dadurch, dass ich, weil Hannes da war und ich Hannes zum Zug bringen musste, wir das schnell aufgenommen haben und ich direkt auf Veröffentlichen gegangen bin, wir zum Zug gerannt bin, dann war es schon öffentlich. Aber YouTube hat das noch nicht verarbeitet in den höheren Qualitätsstufen. Also 480 Pixel, auch in 720 Pixel. Deswegen lässt man immer ein bisschen Zeit, bis es wirklich verarbeitet ist. Released ist dann. Hätte man also dann danach nochmal angucken können in besserer Qualität. Das sagt der Rate God auch nochmal. Und 1, 2, 3 geht, schlägt dann vor. Toggebi, Togge-Tik, Togge-Kiss. Das ist wenigstens eine schöne Familie. Togge-Kiss haben wir auf 50. Togge-Tik, jetzt kommt's. Togge-Tik haben wir ohne und haben wir mit Blumenkranz. Nehmen wir also das mit Blumenkranz und mexen das 100er Togge-Tik mit Blumenkranz auf 50. Haben dann also den dritten Vorschlag von euch. Machen wir auch Tag dran. Level 50 und 100%. Er wird wahrscheinlich wieder Togge-Pi vorschlagen beim nächsten Mal. Zwei stehen noch aus. Benjamin Engel. Dann schlage ich Vili, Frosdetje, Flunschli, Galalamos, Galalashoking vor zum Mexen. Bei Vivian sind die Attacken egal. Ist eh nur Dex-Eintrag, Pokémon. Vili, Frosdetje, Vili, Vili ist gemaxed. Vili, Vili, Vili ist nicht gemaxed. Maxen wir also Vili, 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 und den Rest kannst du wieder vorschlagen. Hey, das waren jetzt schon alle, oder? Ich bin jetzt vertan. Jetzt muss ich gleich nochmal nachrechnen. Ihr seht, wie schnell das geht, dass man trotzdem mittlerweile durch die Max Out Monday Folgen kommt. Sechs Kommentare, sechs Treffer, 1460. Vili, jetzt muss ich trotzdem nochmal nachzählen. Der SMG, eins. Jochen, zwei. Eins, zwei, drei, Kit. Drei. Ach ne, einer fehlt noch. Gut, Patsch. Ich stimme für Schaloko und Panikon. Sind einfach die schönsten Pokémon, Patsch. Paloko, äh, Schaloko, Panikon. Da geben wir also mal Wumpel ein. Äh, gucken erstmal kurz nach. Papinella ist gemaxed. Pudox ist gemaxed. Wumpel ist gemaxed. Sogar mit Partyhut. Dann hat er Glück. Es fehlt also wirklich nur noch Panikon und Schaloko. Ja, welches nehmen wir zuerst? 514, 514. Die haben beide genau das gleiche. Wir fangen einfach mit dem hier an. Und dann fehlen uns auch die XL fürs nächste. Schaloko, Power Up auf 50, 626. Und meint ihr das ernst eigentlich? Dass das die schönsten Pokémon sind? Oder ist es halt einfach, weil die... Naja, weil die halt einfach aussehen wie zwei Busen. Beziehungsweise in eurer Sprache zwei Berliner. Schöne Krapfen. Guckt ihr das an. Der sieht irgendwie sogar krasser und besser aus. Und gefährlicher, wenn ich mir die brutalen Augen angucke, als wenn ich mir den angucke. Jetzt haben wir aus Versehen den hässlichen gemaxed und den aggressiven Bösen. Der steht noch aus. Nur noch 22 XL. Also mit nix mehr. Aber trotzdem, das war der fünfte Vorschlag. Auch hier in der Familie fehlt also noch ein Panikon. Dann sind die auch alle fett und groß und brutal. Geändert an den WP-Stärksten hat sich nix. Das Registil tut sich so weit unten ansammeln. Und ja, wenn Regirock kommt, habe ich theoretisch Pause. Da können wir dann was anderes machen. Wer jetzt nicht dran war, egal. Schreibt trotzdem wieder Kommentare. Die, die mehrere Kommentare hatten, schreibt die, die nicht vorgelesen wurden, dran. Wenn ihr mehrere Vorschläge in einem hattet, was nicht dran war, schreibt das wieder dran. Wenn ihr ganz neu dieses Format entdeckt, schreibt dran, was soll gemaxed werden. Wenn es passt, wenn es möglich ist, dann machen wir das. Grüße also hier an den Rest. Und wir gehen raus. Und ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kurz noch Shiny-Check machen. Capoeira im Schnee. Das sieht gut aus. Und das war es von meiner Seite aus heute Abend. Denkt dran, die große Gewinnspielverlosung von sechs Medaillen und sechsmal die Forschung des Professors. Eine sechsseitige Spezialforschung. Aber das heute Abend, 21 Uhr. 20 Uhr geht der Stream los. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.